Wie ist das Rennen bei mir gelaufen? Ich habe noch einige überholt, allerdings kann ich jetzt nicht mehr sagen, wen ich da im Einzelnen überholt habe. Mich hat es auch mal zwischendrin erwischt. Irgendwo hat es am Auto gescheppert. Ich habe es allerdings nicht gemerkt. Das haben wir erst später in der Box festgestellt, dass auch was kaputt ist. Am Ende kam raus Platz 11. Der Paul Geoffroy, mein Teamkollege, hat mich noch im letzten Restart auf Start-Ziel rechts überholt. Aber das ist okay. Ich meine, der Paul ist auch schon ein flotter Kerl. Und was soll ich sagen, es war echt viel Action, es war echt aufregend. Und ich war schon ziemlich beschäftigt, da vor allem nicht den anderen irgendwo reinzufahren. Da ging es auch immer mal quer über die Wiese. Ja, und ich hoffe, heute wird es nicht ganz so aggressiv. Und dafür können wir alle ein bisschen mehr fahren.